Ok, hello it's the Martian, Space Jam Jardins, I want this year forever, wake up and smell the garden, fresher than the harvest Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4 So, wir sind jetzt auch schon im Krankenhaus drinne, dass wir das mal nicht geschafft haben, weil es aber failig von mir war Diesmal habe ich auch wieder genug Platz, um Sachen mitzunehmen Deine Kiste? Kiste mit was drin? Ja, ich bin mir da fast sicher Wie schön Da ist nichts mehr Was denkst du denn? Keine Ahnung Wer ist da? Ich glaube, du siehst gespendet Ach, es ist Ich glaube, du siehst gespenster Ein Gespenst mit einer Pistole Ich glaube, der ist runtergefallen Wenn ich dich erwische, bist du tot Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn nicht Na, hast du Spaß, hm? Ich kann das Ding gerade einen Tag lang machen Warte Ich wusste es Komm schon her, du Wichser Nein, das war meiner Hier oben ist nur einer Habe ich gesehen Wo ist der kleine Dichser hin? Zeit, sie fertig zu machen Zeit, sie fertig zu machen Das hatten wir nämlich auch alle schon hier Genau, da haben wir jetzt mit dem Sint gespielt Dann sind wir auch schon hochgefahren Hey Hier drüben Komme her Doch, das geht Hey Warte da Komm schon Verstehe Das geht schon Man muss nur wollen Willst du? Warum bin ich jetzt nicht nochmal gestorben? Ich bin mir da noch unsicher Sehr unsicher Ach genau, es geht hier unten noch weiter Hey Ich habe was gehört Ich werde dich finden Findet sie und töten sie Oh, ich weiß, dass du hier bist Ich werde dich finden Ich wette, dass wir nochmal einen Haufen Grund kommen Hättest du einfach weglaufen sollen Hey Ich bin ganz... Geben wir ihm doch schon mal ein bisschen das ab Geben wir ihm doch schon mal ein bisschen was ab So Ich werde sind Ohne Waffen aber Speichere ich mal wieder Er war gerade mit seinem Raketenmeer verschießen Hier war Preston schon unterwegs Eine schwere Tür Das war es noch nicht ganz Wie schön Irgendwie klingt inzwischen alles nach schritten Oh Kuckuck Ach meine Güte hat er mich erschreckt Hmm Geschafft Patronen, Lagunen, Stihl, Improautomatik, Pistole, Lederrüstung plus Ich glaube, ich habe hier drüben was Das war wohl doch nichts Hast du dich verpissed, was? Zeig dich, los, wenn du dich traust Warum er du bist Komm ich hier nur runter, da Komm raus, der Marys kurz und schmerzlos Glaub mir Der hat mich auch schon wieder so erschreckt Was prässt du eigentlich schon wieder? Wie von wie aus geht es denn hier eigentlich weiter? Das ist nicht, aber es geht auch einfach so Loll Nein, meinst du nicht? Das ist kein Grund zur Sorge Ich bin mir noch nicht sicher Wo bist du überhaupt? Der hat wohl bist du denn Nein Ich habe sie Alter Moment, schon mal einer Ach, jetzt bist du da, Preston Jetzt, wo ich das tot habe Das ist toll Hast du toll gemacht Preston Melone Melone Flirt Neigtes Fleisch Deine juden Melone 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 Melones Nicht genug energie Jetzt bekomme ich ja raus, wenn ich nicht genug energie habe Hm, nicht genug energie Hm, hier Vielleicht so Inventar Kleidung Natürlich zum Kinder des Atoms denken gut Was? Ne Cambridge So haben wir auch dieses schöne Krankenhaus abgeschlossen Versperrt Haben wir auch das Krankenhaus abgeschlossen? Sehr schön, sehr schön Ist natürlich mal wieder Nacht geworden Natürlich wieder voll verstrahlt Nämlich einfach mal ein Red Array und ein davon Da drin waren war Citroen, da waren wir noch nicht Ja 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 Zitrotun, da waren wir noch nicht drin Railway ist gut Gehen wir da mal rein Zitrot, und äh, rot und äh, was auch immer das ist Bewegung entdeckt? Seltsam Greife Feind an, auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden Was? Schon Angst? Wer kann das? Wer kann das? Wer kann das? Alle Feinde eliminieren Kein Verschuldung des Instituts bestätigten Du siehst Also hier kämpft, wow, da sind sie zu auch mit Was soll ich übernehmen? Die Menschen uns erschaffen Jetzt, wir leiden Für eure Überheblichkeit Jetzt, Zeithalter von Super-Wutten ja genau das wäre aber auch nur ohne mein leiche so über mein leiche also glaube ich nicht dass du das hinkriegst ich kann wieder mal nicht rennen aufgepasst was braucht was kannst du mir abnehmen am besten kann ich mehr tragen okay so 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 das wäre es ich glaube das war es auch hier so 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 sehr schön also hier gibt es so mit Tanten, Munition, Waffen aber sonst aber sonst auch nichts sonst nichts so 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 und ich bin wieder mal zu schwer das ist scheiße gut das ist schlecht so 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 ABLEGEN! Dämmte Lederhustung Rechtes Bein Und das dann schon wieder So, nehmen wir aber mal an, dass das gut war bis jetzt Dann sage ich nämlich an der Stelle auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da Und wenn nicht, dann eben nicht Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder in der apokalyptischen Welt von Fallout Nur auf der Suche nach neuen Abenteuern Was willst du denn? Und tschüss!